hallo und willkommen bei minecraft get down alleine keine freunde trauer ja mal wieder mein kopf verwundert und die map ist neu ich mag die map nicht damit mag ich so gar nicht und ich habe sie bisher nur gesehen ja ich mache ja aktuell praktikum wir mitbekommen den streams ich probiere heute am montag also ich nehme das jetzt am sonntag auf wird heute wieder nachdruck lang ich probiere am montag um zu bringen zum weise jetzt wieder die woche warum ich jetzt wieder was aufnehmen normal wo ich sagte ich will jetzt mich aus dreams konzentrieren da ja mehrere leute ich mache ja nakita praktikum und bin dann auch teils in meiner alten grundschule es ist einfach witzig in der grundschule wieder zu sein wo man früher gelernt hat die veränderung zu sehen und mit lehrern die durch frühe unterricht haben zusammenzuarbeiten das finde ich witzig m ne und dort sind ein paar schüler in dem fall falls sie das sehen grüße ich die mal grüße gehen raus ich sag den namen nicht da man braucht es eine einverstandeserklärung um den vollen namen zu sagen blablabla blablabla und deswegen sage ich den namen nicht ja bringt erster und ist mit abstand das schön ja und die haben mein kanal abonniert und da dachte ich mir bringe ich extra noch mal was und ich finde das intro so cool beziehungsweise einer von denen ich finde das intro so cool und dann müssen ja mehr videos kommen aber wir haben gewonnen wasser nein das erste mal auf der map ist so ja ja aber dann bin ich halt ein wasser doch das war kein kompliment nein ich finde das relativ nett von dem wenn die mich wasser nennen das heißt der das man schnelles schnell nach unten kommt und sie das jetzt nicht als negativ an ok das wird so gut ich werde dir auch das kommt jetzt in meiner pause online das heißt diese noch an der schule und ich auch ja 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 wir gewinnen die runde auch ich glaube die hassen mich gerade das kann sein dass irgend so ein just hack sind wir schon gestorben wenn nicht dann würden wir noch einen bonus bekommen wenn wir nicht sterben aber die map doodle jump kann ich nicht so ja ich lass ihn einfach mal in ruhe und hoffe ihn nicht zu sterben so ich bleibe jetzt ok wieder hier rauf und warten jetzt 1,6 haben wir damit haben wir aktuell am meisten das ist gut mit regeneration kann man schnell nach unten mit regeneration kann man schnell nach unten ja 200 kannst du noch extra da ich nicht gestorben bin jetzt haben wir 1,9 und damit kann man sich schon equipen so das sind meine festen ausgaben die ich jetzt getätigt habe verbrennung 2 und jetzt noch schärfe 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 schön stärke als letztes flame unendlichkeit schlag 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 komm schon schlag noch mal schlag 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 nein da war eben unendlichkeit ich hasse mich schlag 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 unendlichkeit so drei davon eine angel ist zu teuer, eine zusätzliche set kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten so so dann let's go first kill der hat verzaubert Rüstung, was super ist, da hinten wird scharf geschossen oh lol, hier ist noch einer da habe ich jetzt erstmal drei Leute zerpflückt fünf Spieler, ich habe schon drei kills einer von dem bin ich da, also ich habe noch vier Gegner das hört sich super an um noch vier Gegner zu haben ich muss gleich mal den Minecraft Sound lauter stellen dass man in der zweiten Runde ok, da sind wahrscheinlich meine beiden Konkurrent z.B. mein Konkurrent der hat gerade einen Kill gemacht und jetzt verfolgen wir ihn der hat einen Kill gemacht und jetzt verfolgen wir ihn die die so da ich ein eins gegen eins gegen eins vermeiden möchte ja das ja das so und auf den nächsten jetzt haben wir ein 4k schon jetzt machen wir noch eine Ace wenn es hier ist wenn es hier ist Go Sicht wäre es ein Ace hier leider nicht also doch es ist ja trotzdem ja das mag nicht bitte eben ja ja das eben ja 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 easy mit einherz gewonnen dieser fall dieser typ ist gut aber gewonnen mit fünf kills ich habe ewig nicht gespielt also ich bin ein bisschen eingerostet normalerweise nicht dabei klicken müssen aber wir sehen uns wenn die zweite runde beginnt bis gleich so da sind wir bei der zweiten runde dafür dass wir eben 0 mal gestorben sind haben wir jetzt schon ganz schön viele tode dann bei der zweiten map wow wir haben noch nichts erreicht das ist aber candy mag ich auch nicht irgendwo müssen hier doch kein blöcke sein also ich sehe ja welche aber man muss ja auch zu den kochen blöcken hinkommen und jetzt habe ich wieder nur zwei hp und jetzt bin ich wieder fast daumen dann war schon mal zwei kochen blöcke wir haben zweitweitesten und der warte ist nun hat die gleich gewonnen das heißt das lohnt sich nicht mal mehr werden sogar gestorben aber gut dass er schon beendet hat wie die will und cloud will uns cloud die map geht aber trotzdem bin ich am wenn ich jetzt extra ein bisschen zusammenzuweisen ich habe ganz schnell sieht was ich bekommen habe nur übelkeit ist nicht ganz so übel blöcke ich weiß aber kacke aber das ist egal okay wir haben zweieinhalb herzen also heißt dass wir sind fast down und wenn man fast down ist sollte man nicht zu wakanzig sein wow der wascht das ist ein kleiner huchen so ein lsd 2 ok nein nein wir haben halt gefühlt noch gar keine coins 1 wohnen sohn ich hoffe seine scheiß mutter stück dann aids alter ignoriert das was ich danke das war natürlich ein nicht geplant, dass ich mir ein Dings kaufe. Das war nicht geplant. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Da kann er das Spiel nicht mal. Er hat erst einmal gewonnen. Wir haben fast 70 mal gewonnen. Ich habe eine höhere Win-Lose-Quote. Das ist schön. Ich habe 12% aller meine Spiele gewonnen. Das geht aber. Das muss ich campen. Das kann jetzt langweilig werden. Oh, das ist schön. Da drüben. Ne, man kriegt ja noch einen Kompass. Oh ne. Das ist doof. Dass es noch einen Kompass gibt. Das erschwert natürlich das Campen. Genauer wie jetzt. Oh nein. Okay, er geht erst zu den anderen. Okay, das ist gut. Nein, nein. Er kommt. Okay. Er hat ihn. Ich hoffe, dass er hackt. ist. Oh nein. Er hat eine andere. Fick deine afghane Mutter. Tschau. Tschau. Ich hoffe, er stirbt an Schlimmkangern. Dieser scheiß Huren so. Aber dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Haut rein. Lass mich da. Was euch gefallen hat. Und tschau tschau.